Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von... ...Bellos Gate 2. Okay, wir haben, ich glaube, einigermaßen aufgeräumt. Die sind halt echt nicht ohne und supernervig. Leider, was bist du? Und Teufelschatten, okay. Die kommen herunter. Nicht, dass noch irgendwas anlockst. So, ich glaube, du schießt... ...ja, mit den Guten, ne? Ja. Das ändern wir mal. Du hast jetzt gar keine Funktion mehr, um die du dich sorgen musst. Zumindest vorerst. Ich will sehen, wie der hier von innen ausseht. Ja! Meine Waffe hat keine Wirkung. Ich bin schon hier, aber mit welcher greifst du denn an? Ach, du greifst auch mit der falschen an? Okay. Ihr zeigt mir, wohin und nicht schwarz. Ich warte auf euren Befehl. So, der Rest sollte ja... ...glaub ich, ganz gut dabei sein. Es wird trotzdem noch mehr gebufft. Du wirst hier wieder... ...ja, von irgendwas angegangen. So, da wirst du auch langsam mal Zeit, dass du was tun. Was kann ich tun? Hm. Hm. Und das magier Zauber eigentlich? Hm. So. Gleich nochmal eine Runde Genesung. So. So. Äh, genau. Und wenn du fertig bist, kannst du dann gleich mal... Obwohl, du hast glaube ich auch Heilung, ne? Gucken ja, KI ist am. Na, mach mal gleich. Wurde aber auch Zeit. Hm. Es wird sehr dringend Zeit. Nimm dies. So. Aber wir haben das... Auf euren Befehl hin werde ich frohren. Aber wir haben sogar wieder Kontrolle über dich. Okay. Ach, du wirst festgesetzt. Sag mir, was zu tun ist. Jetzt bist du wieder festgesetzt. Sprecht frei heraus. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder zu uns. Hm, weswegen bist du jetzt erschöpft? Ich warte. Hm. Aber gut, so fließen sie ja nicht mehr. Oh, bleib doch mal schreien. Ja. Nächstes Mal. Stimmt, Kreatur. Und... So, und das war jetzt halt auch nicht ohne. Ähm. So. Du hast noch dein Level wieder zurück, sehe ich gerade. Okay. Schneller als Chick-Ticker schnell pratsen. Hm? Sag mir, was zu tun ist. Kommen die jetzt unendlich? Okay. Die Natur nimmt das Leben, das egal ist. Okay. Ich kümmere mich drum. Ne, hier geht es aber nur eine Treppe hoch. Okay. Genau. Da werden dann die beiden Portale zum Hin und Zurück kommen. Ähm... Dann stellt sich die Frage, kann ich hier drin rasten? Kann ich, ich habe es ja glaube ich schon mal gemacht, fällt mir gerade ein. Hm. Was haben wir da? Ähm... Irgendwas, was ich vorher nicht verfallen gescannt habe. Okay. Ja, ich hoffe, das bringt was. Ich verlange, dass wir alt machen. Unsere Tage waren nie derart lang. Selbst als ich noch Soldaten des Autens führte. Wieso seid ihr denn beide noch... Ich habe doch gerade gerastet. Schön. Erschöpft. Mh... Kann ich mir nicht bitte eine kleine Rast einlegen? Sagt mir, was zu tun ist. Er stürt, er tut und nähere die Erde. Die Rache ist mein... Meinen Freunden werdet ihr nichts tun. Kommt die denn einfach mal her? Ach, oder beschwörst du die? Ich glaube, ich brauche einen anderen Raum zum Rasten. Du hast glaube ich jetzt die Guten wieder verschossen, ne? Ja, sehr gut. Naja, egal. Dankeschön. So, dann gucken wir jetzt nochmal. Ja, ein Buch. Na gut, wir können es ja mal einsammeln. Kunkhörnisch, Pfeile. Ah. Gegengifte nehme ich nochmal mit. So, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon habe, mittlerweile, das Buch. Hm. Gut. Das ist mir gerade ein bisschen riskant mit dem Ding. Ähm. Dann darfst du erstmal durch das ganze Zeug identifizieren. Oh, wir haben den Fall schon ausgewählt. Was kann ich tun? Schneller als Chick-Ticker schnell pratze. So, da haben wir alles. Das ist Grund, dass hier irgendwie normale Waffen drin sind. Plus eins Sachen. So, der hat ja schon einen. Dann werden wir das nochmal los. So, noch ein Trank. Okay, dann haben wir, wie gesagt, ein bisschen Vitamin mit nochmal. Du darfst zum Looten nochmal durch. So, bitteschön. Dass der, ja, wenn man hier die, die das Inventar wechselt, dann nicht auch bei dem Inventar, oder bei dem Praktat bleibt, das ist ein bisschen unpraktisch. Das war jetzt eigentlich nämlich so gedacht. Warte mal, du hast die, genau, Pfeil noch nicht eingesammelt, oder weggesteckt. So, was war denn da? Ah ja, Trolle. Mit einem Yuan-Team. Obwohl, das macht ihr, glaube ich, auch Feuerschaden. Von daher ist das ja nicht so schlecht. Viele Trolle. Das ist ja nicht so schlecht. Hm. Los, spuck es aus. Dankeschön. Auf geht's. Ja. So, dann könnt ihr jetzt mal aufräumen, da unten. Sind auch Trolle da, bestimmt, ne? Autsch. Autsch. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Sag mir, was zu tun ist. Ich bin hier zu. Hm. Das ist ja wieder schön eingekesselt. Gut. so. Haut den mal bitte weg. Ich warte auf euren Befehl. Ja, mal rüsten. Du hast bestimmt mal irgendwas an Heilung da, ne? Wo ist er eigentlich ja nur... Ne, das hat tatsächlich nur Airy was abgekriegt gerade. Sagt mir, was zu tun ist. Gut. Zieht euch mal kurz zurück. Äh, achso. Du hast wahrscheinlich irgendwelche... Okay, du hast irgendwelche Debuffs gekriegt und kannst deswegen nicht weglaufen. Alles klar. Das ist halt ungünstig. Ich warte. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Ich helfe, wo immer ich kann. So. Ich habe nicht Angst, dass du dich heilst. Sagt mir, was zu tun ist. Wir haben nur noch drei Stück. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Ich warte. Machen wir das so rum. Die Rache ist mein... Schießt du mal auf den, du brauchst da die Munition verschwenden. Ist was los? Braucht ihr etwas? So, bitte. Du hast schon mal nichts mehr mit Dings. Ähm, Feuerschaden. Ja. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Die Hechtigkeit soll es segnen. So. Hm. Da sind bestimmt auch wieder irgendwelche Fallen oder so. Kann ich mal vielleicht einmal durchschlafen, dass diese Genese... Diese Erschöpfung weg ist. Ich brauche ganz dringend mal eine Rast. Meinen Freunden. Oh, fein. Eine meiner leichtesten Übungen. Oh, sie ist doch mal stehen. Sagt mir, was zu tun ist. Ich warte. Ich warte. So. Du kannst uns mal wieder normal laufen. Mal hin. Sind die auch wieder Fallen? Bestimmt, ne? Zeit aufzubringen. Geht klar. Na, gehen wir nicht so nah ran. Naja. Wollte gerade sagen. Scheinbar nicht. Du hast wieder einfach nur lang gebraucht. Mhm. Ah ja. Schön. Aber wieder neue Kugeln. Wie wär's denn mit jetzt gleich? Nein? Nein. Warst du schon richtig erfasst? So. Dann gönnt ihr mal. Ja. Sonnenstein wäre vielleicht auch noch mal eine Idee. Was war denn da? Unde Platten. Nett. Ja. Okay, okay. Kommt die noch eine Falle hat? Scheint aber nicht der Fall. Gut, dann packst du das Buch noch mal ein. Ja. Ich werde es tun. Sind hier jetzt alle so am rummeckern, sag mal. Ich glaube, die können wir mittlerweile auch wohl ein Stuma haben. Plus eins Kugel. Okay. Machen wir mal zu. So. Endlich mal. Au. Ähm. Gut. Ihr werdet dann soweit fit. Ja. Weiter geht's. Magie-Golem. Okay. Warte. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Zwei Stück sogar. Und Loot. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Waffe unwirksam? Nächstes Mal. Meine Waffe hat keine Wirkung. Ah, warte mal. Kann es sein, dass wir da... Deswegen sind es wahrscheinlich die normalen Waffen. Weil wir für die Magie-Golems keine verzauberte Waffen nehmen können. Kann das sein? Kann das sein? Das ist schon plus drei Bolzen. Dann schauen wir mal. Mh. Hier waren, glaube ich, die ganzen Waffen drin, ne? Ja. Okay. Mh. Einmal ein Bastardschwert. Ihr zeigt mir, wo immer Minsk auch hingeht. Mach das Böse. Freig zur Seite. Wo ist den Zweihänder? So, du bist mit einer Waffe. Du bist mit einer Waffe. So. Ein Fliegel. Verstanden. Sind da Bögen drin? Nee, ne? Ich weiß, was sind die Wurrpfeile? Ja. Schneller als Chickticker Schnellkratze. Und dem ist einfach mal die normale Schleuder. So. So. Dann schauen wir mal schnell. Das was bringt. Nimmt jetzt halt keine so tolle, ähm, Dings Angriffskraft, aber wird schon passen. Wenn dir was zu tun ist, ist schon geschehen. In Ordnung. Fangen wir mit dem an. Für die Gefallenen. Ich helfe wo immer ich kann. Ich warte. Ah, guck mal. Sehr schön. Für die Gefallenen. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Gut, bei dem machen halt die Plus-Dinger nix aus. Okay, alles klar. Dann haben wir das, ja. 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 Sehr schön. Das ging angenehm fix. Und auch angenehm rund. Cool. Was haben wir da drin? Blaues Öl. Wir haben hier einen blauen Dings. Okay. Und noch mehr. Kisten. Dann schauen wir mal. Okay. Okay. So, müssen wir mal gucken. Ja, aber passt soweit. Bist du auch eine Kiste? Nein. Wo, du bist ein Silberring, ne? Ja. Du kommst nicht mehr mit. Das ist ja mittlerweile unter meiner Würde. Hm. Bringt das hier dann jemandem was? Nein. Dann wird's verkauft. Sehr cool. Geht's hier auch nicht mehr weit. Okay, aber jetzt müssen wir die Irge schon mal... schon mal abgefrühstückt. Na ja, wir kommen doch langsam voran. Viele Gegner und viele nervige Gegner tatsächlich. Okay. Ja, gut. Dann geht's dann da auch noch irgendwo anders hin. Dann stellt sich die Frage, was haben wir denn hier? Gegner? Ja. Äh, Urok. Okay. Okay. Ihr seid also One-Shots. Das ist doch schön. Wir haben vielleicht doch die richtige Reihenfolge gemacht, dass wir erst die Schweren jetzt weggehauen haben. Hm, ja, die ist glaube ich auch noch was wert. So, ein Schildzauber. Das hatte ich tatsächlich vergessen zu lernen. Das sehe ich gerade. Gut. Das soll's dann mal für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut. Und... Ciao, ciao. Na komm, die hauen wir noch gerade um. Niedermachen, niedermachen, schnell, bevor sie alle wieder weg sind. Nächstes Mal. Gut, dann, ja, wie gesagt, werde ich die Gruppe da nochmal hochheilen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.